Mein Name ist Elmedin, ich bin in Engel 22 Jahre alt und schaffe seit drei Jahren als Relationship Manager im Reisor von Agences in Belver. Ich bin angefangen als Oblei-Kommerciall, wo ich noch für mich in Porto für Kliens reagiert habe. Als nächster Challenge gehofft mir noch zwei Jahre die Funktion vom Relationship Manager, ob ich eine Agence proposiert habe. Momentan erfreut mir Bild eine internen Formation, um den Corporate Relationship Manager zu evaluieren und Erfahrungen zu sammeln. Mein Name gefällt mir, dass ich alle Tage für einen engen Mann und den Fisch diene. Mir gefällt dem Klient in persönliche Beratung zu geben, zu helfen, für sein Projekt zu konkretisieren und die Ideal-Solution umzubieten. Es gefällt mir immer für die Bildersidee und mir gefällt das Prinzip von der Karriere und Wert. Ein Plan der Karriere erlaubt uns, über die Formationen und Coaching weiterzukommen und im ambituellen Sinne und Engagementweisen gleich zu konsiderieren. Ich will als eine universelle Bank mehr für und allem dynamisch, innovativ und wo Spaß macht, zu schaffen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.